Heute ist der 12. Dezember mit einem Balance Snick im Erdbeer-Vanille-Geschmack. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt den Riegel, den ich heute drin hatte, mal probieren und ich habe ein bisschen Angst. Ich bin mir nicht sicher, nach was es schmeckt. Also es soll einen Erdbeer-Vanille-Geschmack haben. Keine Ahnung. Es schmeckt nicht wirklich nach Vanille und auch nicht wirklich nach Erdbeer. Es schmeckt irgendwie nach was Künstlichem mit der Konsistenz von Romazipan. Ich bin ja bei vielen nicht die Schnellste, vor allen Dingen bei vielen Filmen nicht, aber ich habe Maleficent jetzt gesehen und war lange Zeit sehr skeptisch über diesen Film, weil ich ja nicht so der Freund von Märchen bin und Märchenverfilmung. Aber ich muss sagen, gerade wie sie das mit der wahre Liebekuss gelöst haben, gefällt mir unglaublich gut. Generell gefällt mir der Film unglaublich gut und das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gerade Abbitte geguckt. Ich habe in Wiljas Lesetagebüchern gespannt darauf gewartet, wie sie das Buch fand, was sie ja gelesen hat, denn diese DVD habe ich, glaube ich, bestimmt schon sechs, sieben Jahre mindestens, glaube ich, und sie nie geschaut. Weil ich immer dachte, das ist kein Film für mich und nach Wiljas Lesetagebuch war ich jetzt doch gespannt auf die Geschichte von Abbitte. Aber ich war mir sicher, dass das Buch nichts für mich ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nur den Film geguckt habe und nicht das Buch gelesen habe, denn der Film war schon krass. In seiner Art, wie die Bilder waren und die Gefühle, die dadurch transportiert waren und ich glaube, das hätte ich nicht ertragen, aushalten können, wenn ich das Buch gelesen hätte. Denn ich kann mir vorstellen, dass das Buch noch mal einen Tick mehr gefühlsintensiver ist. Kann ich mir einfach nur so vorstellen. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich nur den Film geguckt habe, denn der hat mich gerade schon gekillt. Und er ist einfach krass und ich mag ja den Menschen, der hier Regie führt. Ich vergesse, ich finde gerade nie, wie er heißt. Auf jeden Fall hat er ja auch die Stolz- und Vorteilverfilmung mit Keira Knightley gemacht. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ja, der hat so eine Art, irgendwie mit Bildern zu spielen, mit Emotionen zu spielen, dass ich halt echt heulen muss jedes Mal. Und das heißt schon was, wenn ich mal bei einem Film heule. Das ist nicht so oft wie bei anderen Menschen. Auf jeden Fall absolute Empfehlung. Und Gott, hat mich gekillt, der Film, ey.